Was möchtest du, Taker? Taker, 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 T Ja, Undertaker, Chris Benoit, Shawn Michaels in einem Triple Threat Match, der Gewinner, also der Verlierer ist draußen für Nummer L.C. Der Gewinner darf sich die Matchout aussuchen, da bin ich gespannt. Ja, ich bin gespannt. Oh. 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 Dass du mit emotionalen und physischen Schmerzen wirst so viel schlimmer. Emotional? Was? Was bist du da? Ich bin in der Locker Room, nach einem Match und habe gesehen, die Superstars zu sehen, dass ihr die Spiel erreicht habt. Du kannst die Verzweiflung riehen. Es ist nicht ein schönes Schmerz. Schönes Reversal! Ich denke, Benoit hätte verloren, als er das kleine Vakation von SmackDown gemacht hat. Wir wissen alle, dass die Räden im Räden nicht genau so sehr beeindruckt hat. Und ich denke, dass Benoit hätte ein bisschen russisch sein können. Was hast du gesagt? Wenn alles klar, Benoit hat sich mehr beeindruckt, seitdem er zu Räden ging. Es ist toll, dass ihn wieder in Aktion sehen. Oh Mann, er ist ganz schön. Hier ist der Pinn, das könnte sein. Ich hoffe, dass dies nicht das letzte Mal, dass ich diese Superstars gesehen habe. Du wirst mich nicht so viel hören, aber ich bin definitiv mit dir. Das hat alle die Dinge von einem schönen, langen Weg. Ich weiß nicht, wie schön es ist, aber es gibt sicherlich ein paar Probleme zwischen diesen Superstars. Und ich denke, dass das, was ich nur exasperiert habe. Beide, all watch the Räden, will you? Es ist eine Familie Show. Oh shit, das war, nicht wahr? Oh, never mind. So. so mitmischen, ein bisschen aktiv das ist nicht gut und jetzt sehen wir es, die Aufmerksamkeit das ist ein tolles Spiel so far aber ich denke, es ist ziemlich klar, welches es geht oh, wirklich? willst du gehen und eigentlich machen ein Guest, dann? es gibt keine Guest-Werk-Involve, Cole aber wenn du ein Snippe bist, dann werde ich nur meine Mäste schön wow, wenn du es so einfach wäre, dann hätte ich gesagt, das seit Jahren oh nein so, wieder ein bisschen rausgehen das wollte ich auch nicht oh 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 ich kann keinen Finisher-Store, Leute ja, ich sag dir was, ein Fehler, wenn wir das Feuer gehen immer kriege ich eins auf die Schnauze oh 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 Come on, Taz. Wow, look at that submission. I ain't never seen it executed better. Neither have I, Parker. And this might be enough to get the tap out right here. These superstars give everything they got when they're in a match like this. But a lot of people don't realize what they sacrificed behind the scenes also. No question. If you want to make it in the WWE, you've got to sacrifice just about everything for your career. It has to be as important to you as anything else in your life. Oh, come on. Quit showing it all. It's supposed to be a wrestling match, not a pop-up. We've seen this before, Taz. He's been wrestling his final match. And he's coming up on a big payoff. He sticks around too much longer. The HPK is going to stand for has-been-kid. He's tuning up the band and there he goes. Puff. Alter. Man. If you can keep your cool and keep your head together and bring them you're halfway home. But you're not taking into account the power and experience the right is still and you're free right here. Oh, the other Tick is again there. You know, Cole, I got a lot of respect for Chris Benoit, but he also jumped back and forth in the Super Bowl and Smackdown more than any other superstar. It almost looks to me like you might be choosing the path of least resistance, if you know what I'm saying. Oh, I doubt that very much, Taz. Chris Benoit never runs from anything. He's no coward. Whoa, 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 whoa. Listen, I'm not calling Benoit coward. I'm just saying that he might have a knack for picking his spots. He's got a surgically repaired neck. Don't we forget. Who could blame him for wanting to take things easy? Well, from what I've seen, it's Chris Benoit. He does everything but take it easy. All right, Cole, you know what? Hunter's got this crowd solidly behind him. And now he's going to get and I think we're hearing the First Amendment in action here tonight, Taz. It's a great thing to hear, Cole. He stalked his opponent from the top top level. Oh, jeez, look at this. Handering to the crowd. I think he's going for the pin, Cole. Man, I can't tell you how impressed I am with what I've seen here tonight so far. How could you not be impressed, Taz? These are some of the greatest superstars in the world doing what they do best. Hey, slow down, girl pants. I went into this experience, Taz. He's built... He smells blood and water, Cole. He's going straight for the submission and it could prove to be a decisive moment in this match. Oh, oh. Oh, oh. Stop, stop, stop. Stop. Oh. Oh. Oh shit. Oh no. Ja! Rope break! Rope break, Leute! Glück im Unglück! Glück im Unglück, Leute, Leute! Ich schätze die Wandern. Die Superstars get a huge advantage over their opponents and still lose the match because they got sloppy. Oh, mit der WD-Aktion, das Annie bringen. Oh shit, der hat schon wieder einen. Aber Chris Bidara kommt schon. Aber ich bin auch schon sehr angeschnallt. Oh ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Was bist du für einer an der Ticke, Alter? Oh. So, wer wird es? Wer wird es? Chris Bidara wieder. So, Chris Bidara. Keine Undertaker, das verhindern. Eins, zwei, drei. Und man hat das Match gewonnen. Man kämpft gegen den Undertaker. Chris Bidara ist draußen. Unglaubliches Match hier. Nur die Frage ist, was kann man sich für Matcharten denn aussuchen? Puh. Es war hart an der Gräzze. Man musste einen Tombstone Pipedriver einstecken. Er hatte Glück, dass das Cover zu nah an den Zeilen war. Eine Switching-Music wurde gegen Chris Bidara schon verteilt. Dies konnte der Undertaker aber verhindern als Cover. Beim zweiten wurde Chris Bidara mehr oder weniger ausgenockt. Der Undertaker konnte abgewehrt werden, konnte niedergeslammt werden oder wie auch immer man das sagt. So konnte man den Pin gegen Chris Bidara einfahren, der wie gesagt ausgenockt war. Okay, das ist das Alte. So. Iron Man Match Stedan Ich bin gespannt, welche Zeitspanne. Ich bin gespannt, welche Zeitspanne. No Mercy. Iron Man Match. Der Undertaker gegen Shawn Michaels. Alltags Ich hoffe, welche Zeit. Weil wenn das 60 Minuten, 20 Minuten das geht. Also, 20 Minuten. Da ist alles möglich. Oh. Vielleicht wäre ein anderes Match spektakulärer gewesen, First Blood oder wie auch immer. Aber Iron Man matches mag ich auch. Da ist alles möglich. Da kann man sich auch zurückverhalten oder auch nicht. Nicht wirklich. Oh. 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 Könnte das jetzt natürlich auch gegen mich sprechen, das Match, wenn mich der Undertaker hier zerlegt. Man, ich fühle mich fast für J.R. und King, Colt. Wo ist die letzte Mal, dass sie einen Match so gut gesehen haben? Ich kann dir sagen, Taz. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so gut haben. Wir haben nicht. Ich glaube, das macht einfach Sinn. After all, SmackDown ist die Nummer-one brand in all sport entertainment. Und das ist eine der wenigen Dinge, die wir komplett aufpassen, Partner. Das ist nicht. Das ist falsch. Das ist sehr gut. Aber du wirst. Ich bin nicht so froh, dass Michaels hat Stoke McRoll. Und das ist jetzt über die letzte Mal, wo du wollen. Just über? Ich sage dir, wenn du ein Schmerz, ich würde es gerne hören. Wenn du ein Schmerz, ich würde es gerne hören. Ich würde es gerne hören. Man, ich sage dir, für meine in-ring experience, trust mich, du kannst das Tension mit einem Knife. Ich denke, du brauchst eine in-ring experience, um zu fühlen die tenacity, die auf diese Superstarers passen. Ich denke, nichts könnte sein. Ich denke, wie ein Mann, der nicht in das Fall war. Ich denke, wie ein Mann, der nie in das Fall war. Aber wenn es um dich oder sie sind, es ist eine ganz andere Art Art, die Intensität. Ich muss deine Worte für dich. Ich kann ehrlich sagen, ich kann nicht mehr eine elektrische Atmosphäre, als die in dieser Arena. Oh! 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 Echt jetzt? Ich sitze... Oh! 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 Oh, flying close line Schön gemacht Ja, jetzt ist der andere Drecke wieder am Drücker, eindeutig Das war dumm Das war dumm Ja, das war dumm Somit hat der andere Drecke den ersten Pin voll Dass der nicht durchgeht, alter Das war dumm Jetzt ist man natürlich unter Zugzwang Aber es ist noch Zeit Alter Das ist uncool Geht das nochmal durch Oh Ich bin locket in dieser Hunde bevor Und es lohnt sogar mehr Zeit für den Ausgleich vielleicht Sweet Chin Music Das war So wie im Halbzeit, 1 zu 1 steht es. Oh, das wollte ich nicht. So, das scheint ein probates Mittel gegen den Taker zu sein. Oh. Undertake ist auch schon gezeichnet. Undertake ist auch schon gezeichnet. So, irgendwie ist der Volkanik gegen mir. So, kommen die Inführung hin. Ja. 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 Jetzt ist irgendwie wenig gegen mir. Geht das durch? Geht das durch? Ja. Jetzt hat man schon einen guten Polster für die letzten 7 Minuten. Und der Undertaker blutet. Oh shit. Oh shit. Nichts. Oh, ja. Der hat gar nichts mehr entgegenzusetzen. Wow, schön gemacht. Dass das so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht jetzt. So heiß umkämpft, wie das war am Anfang, wo der Undertaker sogar in Firm gegangen ist. Oh, shit. Gegenwehr vom Undertaker, das ist gut so. Ja, man sieht der Undertaker, der Blue Jet stark. Ja, warum nicht? Ein sehr probates Mittel, dieser Move hier. Oha. Jetzt wird's schon eindeutig. Da wäre ein First Blood Match auch interessant gewesen. Aber hier wird der Undertaker richtig zerlegt. Das hab ich auch nicht vermutet. Das hab ich auch nicht vermutet. Ich hab's nicht gedacht. Oh. Oh. Nein, das wird jetzt schon peinlich. Aber das ist so, Iron Man Match. Ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo der Undertaker zum Bluten begonnen hat, da kam nur noch wenig nicht gegen mich. Oh. 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 Oh, den wollte ich ehrlich storen. Oh. it sure isn't. I think these superstars could keep going for quite a while longer. 6. Duh. These superstars certainly aren't going easy on each other tonight. They sure are giving the fans their money's worth. No doubt Cole. These WWE superstars put them. I think someone's been taking flying lessons Taz. Ich muss sagen, Cole, wenn ich das erste Mal hörte, ich war nicht sicher, was du denkst. Aber diese Superstars haben mich hier verletzt. Wirklich? Nachdem ich das gehört habe, habe ich erwartet, ein enormes Matchup. Und ich habe nicht verabschiedet. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht verabschiedet bin, aber ich spreche um dich zu verabschieden mit dir, als Partner. So? Es ist angerichtet. 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 Es wird unterbrechen. Es ist nervös. Es ist angerichtet. So, die Season beginnen wir jetzt noch, one week later. So, die Season beginnen wir jetzt noch. So, die Season beginnen wir jetzt noch, one week later. So, wie es weitergeht, werdet ihr das nächste Mal sehen. Ich bin der Fanggamer, das ist Smackdown für das Raw 2.0.